Ja und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Thomas Klein und auf meinem YouTube-Kanal gebe ich viele Tipps und Anleitungen für Freelancer, Solopreneure, aber auch Unternehmer, die schon einige Mitarbeiter haben oder auch schon sehr viele Mitarbeiter haben. Ich hatte auch letztes Jahr zum Beispiel einen Kunden mit über 1500 Mitarbeitern bereits und mehreren 100 Millionen Euro Umsatz und ja, ich gebe Tipps in Neukundengewinnung, wie du da auch an der Tabel sehen kannst, ja, Skalierung und Positionierung und mein, nach bestem Wissen und Gewissen helfe ich und unterstütze ich hier eben meine Kunden beziehungsweise auch diejenigen, die noch nicht meine Kunden sind oder auch nicht meine Kunden sind und nicht werden wollen oder was auch immer. Gerne gebe ich dir ein paar Tipps raus auf YouTube und dann würde ich mich freuen, wenn du einfach meinen Kanal hier irgendwo abonnierst und dann sehen wir uns einfach in einem der Videos. Bis dahin, dein Thomas Klein. Ciao.